Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zu diesem heutigen Video. An alle neuen Abonnenten ein herzliches Willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Mein Name ist Alena, ich bin Mama von zwei Söhnen, habe einen Mann und einen Hund und ja, bin 36. Okay, also es richtet sich heute an alle, die in einer Mietwohnung leben, so wie wir, die alle mit ganz hässlichen Küchen- oder Badfliesen gesegnet wurden. Die, die schon länger dabei sind, wissen, wir haben ganz tolle, komische blaue Fliesen in unserem Badezimmer. Und jetzt nach zwei Jahren, wo wir hier in dieser Wohnung wohnen, oder in der Zeit, wo wir eben hier wohnen, hat mir das immer mehr nach und nach Kopfschmerzen bereitet. Ich habe mich in unserem Bad nicht wohl gefühlt, es war nicht schön, es hat mich nicht gefreut. Der wöchentliche Spa-Abend für Mamas wurde immer kürzer. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, da musst du irgendwas tun. Unsere Vermieterin war leider nicht damit einverstanden, dass wir die Fliesen auf unsere Kosten austauschen. Unsere Vermieterin war auch leider nicht damit einverstanden, dass ich die Bodenfliesen neu streiche, also mit Fliesenlack behandle. Also brauchte ich jetzt eine Alternative, die gut aussieht, die nicht allzu teuer ist und die wir bei einem eventuellen irgendwann mal Auszug ins Eigenheim spurenlos wieder ablösen können. Denn man darf in einer Mietwohnung nur Veränderungen vornehmen an den vier Wänden und am Boden, wenn man diese rückstandslos wieder entfernen kann und wieder rückbauen kann. Natürlich sollte man vorher immer doch den Vermieter um Erlaubnis fragen. In unserem Fall wusste unsere Vermieterin, dass uns diese Fliesen nicht gefallen und wir können es rückstandslos rückbauen. Und genau, okay. Alles, was ich euch in diesem Video sage, zeige, erzähle, habe ich auch selbst bezahlt. Das ist meine eigene Meinung, unser eigener Geschmack. Und liebe Handwerker da draußen, wenn ihr zuseht, ich bin eigentlich Bürokauffrau. Ich bin froh, dass das funktioniert hat. Also seid nachsichtig mit mir und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei dem Video. Ich bin froh, dass das funktioniert hat. 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 Und ich bin froh, dass das funktioniert hat. Und dann würde ich froh, dass das funktioniert hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, teilen, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Alena. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020